Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Rocket League wieder in der gleichen Besetzung. Genau. Ich habe gesagt, dass es ja okay wäre, wenn wir dann das einfach drüber hätten. Okay, bitte. Und wir spielen wieder zu dritt gegen drei Online-Gegner. Die aber nicht online kaufen. Wusstet ihr, dass der Schwarzwaldbrudel schon seit 65 Jahren existiert? Was? Was? Money, money, money. Ka-ching! Wieder ein paar Millionen von Linksmums. Für die 15 Klicks, die wir nachher haben. Wäre gut ein Schnitt pro Klick. Dann will ich gleich mal selber ein paar generieren. Leider hat YouTube jetzt so einen, wie heißt das, Algorithmus oder sowas, der erkennt, wenn du selber das machst und es dann extra unten lässt. Hä, was? Nochmal, sag nochmal. Was? Ja, der erkennt, wenn du selber F5, F5, F5 oder mit irgendwelchen Bots oder sowas das machst. Ach so. Und wusstet ihr, dass YouTube bald was kostet, aber... Alter, was ist das denn? Nur wenn man es will, kann man sich kaufen, dass die Werbung nicht mehr angezeigt wird. Genau, stimmt. Und sonst bleibt es wie jetzt auch. Okay, sorry Annika. Also entweder Werbung oder kaufen. Jammer! Genau. Super Chris, klasse Tor. Ja, hab ich auch schon gehört, aber... Finde ich, finde ich cool. Finde ich auch gut, ja. Ja. Aber wie werden dann die Kanäle mit Werbeinnahmen daran beteiligt, wenn sie dann keine Werbung mehr schalten können? Also wie läuft es dann ab? Ja, die sind wahrscheinlich was von den Dingsbums. Schätz ich mal. Okay, dann pro Klick dann irgendwie. Ach wohl. Ja doch, Gronkh hat gesagt, er wird beteiligt. Ich bin übrigens Gronkh-Fanboy, falls man das noch nicht weiß. Okay. Okay. Aber finde ich nicht, steckt das... Wo ist er dann so viel oder was? Das ähm... Äh Leute, ähm... Ich hab Scheiß gebaut. Das wissen wir doch, Jan-Philipp. Das wissen wir. Aber ich hab's wieder ausgebügelt. Und das schon seit 5 Folgen, gell? Ohohohoho. Ja, Jan-Philipp, wir nehmen auf. Kannst jetzt einfach bügeln. Okay, tschuldigung. Aber ich hab mir auch einen überlegt für das... Ja, das ist sowas von Scheiße. Tschuldigung. Oh mein Gott. Volles Hausfrauen-Let's-Play. Ich bügeln noch ein bisschen mehr. So Annika. Oh, Annika. Aua. Mitte, Mitte, Mitte. Dem Annika mal verfehlt. Mach's mal Mitte. Nein! Ich war überrascht. Dass ein Ball kommt. Das ist echt, was fällt dem Ball einfach zu kommen. Bamzen! Sehr gut, Chris. Danke, Bear Batch. Ich. Bitte. Das fällt dem Ball einfach reißkalt davon. Ah, schade. Jawoll. Mach ich, mach ich. Oh, der wird schwierig. Nein, der nicht. Ja, der war echt schwierig. War's mich? Ah, ne, okay. Die... ... waren schneller als ich. So, so. Ja, absolut. So. Oh, ne. Ich... hab's irgendwie leicht zeigt was jetzt. Kann das sein? Ich? Ja. Komm nur ein bisschen später als... ... war's jetzt direkt. Ah, hab's gesehen. Okay. Ne, ich hab grad gewartet. Ne, ich hab grad leicht. Das war eher mein Brain. Ne, aber auch bei Toren, wenn ich irgendwas mach. Komm. Ah, dein. Also nur eine Sekunde oder sowas kommt dann später. So, jawoll. Ja, grad eben hab ich echt später gejubelt, weil ich's nicht ganz realisiert hab. Okay. Es ist ein... Alter! Das ist... Was war das denn? Das kommt auch später. Bisschen Fail. Scheiße. Das kommt schon von hinten an. Was soll das? Sorry. Schon okay. Wir bügeln das aus. Oh, shit. Ja, vor allem du auch nicht gegangen. Das kam wieder zu spät, Alter. Ich sag jetzt mal jetzt und dann sagst du direkt danach. Oh, jetzt. Jetzt. Okay. Jetzt. Das kam mega spät. Ja, weil das nicht geblickt hat. Nice. Er hat dazwischen doch auch noch okay gesagt. Nein. Eigentlich nicht. Ne, ne. Nee. Nee, bissl. Aber passt ja. Ja, gut. So lange in der Aufnahme. Bei mir ist er nicht... Wenn ich aufnehme. Passt er dann. Ja, stimmt. Dann passt's. Das irritiert aber voll. Ja. Ich bin schon nicht gewohnt. Wenn ich... Wenn wir uns unterhalten. Leckt er meinen Brain auch immer. Ja, stimmt. Also. Immer so, aber wie geht's hier? Ja. Äh. Äh. Okay. Gut geht's. Gut. Äh. 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 Wieso ist da keiner? Ich war doch da fast. Oh, grad noch abgelenkt. Aber nur fast. Ja, aber ich war schon wieder auf dem Weg nach hinten. Beste Ausrede. Annika, wo warst du? Ja, Annika ist wie mit dir... Nein! Oh, Jan Philipp! Ich sag nichts. Ich sag nichts. Ich sag nichts. Ich hab halt... Oh, scheiße. Wie unglücklich. Aber Annika, was ist das? Oh, Lüge, Annika. Jetzt ist Annika der Fall. Wenn du alle treffst. Ja, jetzt. Jetzt ist John. Der Ball geht an dir vorbei. Oh, Annika. Was ist das? Es war mein Fehler, aber du bist keine Hilfe, Annika. Du bist auch keine Hilfe. Du bist auch keine Hilfe. Ach, sieh. Ich bin nicht gut, Annika. Danke. Ich nicht. Kann ich mich mal ernst nehmen. Weg jetzt. Gut. Ich hab alles im Griff. Das war nur grad eben. Unglück, dich da irgendwie... Äh. Alles im Griff. Äh. Ja, ich sehe wie du alles im Griff hast. Geil. Aber ich konnte nichts, Mann. Ich hab den geklärt. Guck mal, ich hab den geklärt. Und dann... kam ich nimmer zurück. Da konnte ich nichts machen. Einer war geklärt. Oh, seit ich sag, ich bin wieder im Tor. Ah, wie geil. Es sind immer Tore davor. Ah, Mann. Ich geh jetzt mal hinterher an Philipp, geh du vor. Ja. Lebe deine Träume, Jan Philipp. Ich bin hinten. Ich bin hinten. Oh, Schiss. Alter, Anika. Ich zerstör die Gegner. Das hilft doch auch. Ah, Alter. Hier die Beine. Alle drei ausgetribbelt. Was für die eigentlich? Alter, gib mir jetzt Boost. Also, wir müssen ja eigentlich nur den Tor machen. So, den hab ich. Irgendwie schon. Ich geh auch mal wieder mit Vorder. Ey. Oh, wer hat mich denn da weggebämmt? Ja. Ich glaub. Ich weiß nicht. Creeper. Oh nein. Wir haben ihn auch. Oh nein. Oh nein. Irgendwie ist die Niederlage extrem unglücklich. Das war extrem. Wir haben die eigentlich im Griff. Ja, aber nicht schlecht gemacht. Ja klar, das war gut gemacht. Aber wir sind halt auch alle drei leichtsinnig nach vorne, weil wir ein Tor gebraucht haben. Da war halt hinten alles offen. Du sagst immer, du bleibst hinten dann. Es war schon lang ausgemacht, dass Christian hinten bleibt. Christian, wo warst du schon grad bei einem Tor? Ready. Uh, war denn da 400 Punkte? Ich glaube ich. Bei Ihnen, wenn du rauscht, bitte was sagen. Bitte, bitte. Schön. Schon besser. Okay. Aua. Aua. Scheiße. Bitte. Ich hab mir wehgetan. Let's play mit Annika. Aua. Scheiße. Ey, sorry, aber ich blute gerade. Okay? Was? Was hat das gemacht? Ich hab mir meinen Finger aufgerissen. Oh Leute. Konzentration. Ich blute. Nicht immer gegen die anderen. Ne, sag doch nicht. Ich sag zu uns allen. Ja, oh Leute. Ja, das war auch gegen mich. Ja, das war auch gegen mich. Können wir weiter machen oder geht's? Ja, ja, geht's. Okay. Es ist nur der Daumen, den brauch ich. Alter, wie hast du beim Computerspielen den Dings aufgerissen? Der kann ja weg. Ich hab, ich bin in der Tastatur eingeblieben. Alter. Oh, okay. Also, nö. Also, absolute Profis. Oh shit. Dankeschön, Herr Philipp. Bitte. Wir sind reingegangen. Ich bin der King von Arabien. Ich bin der King von Arabien. Ich bin die Cindy aus Marzahn. Okay. Oh mein Gott. Annika bringt sie selber um. Herr Philipp Blaber Engel von Cindy aus Marzahn. Gutsch. Das ist okay. Ja. Das Niveau ist wieder wundervoll. Ey, ich... Jammer. Gut. Seid doch vor, dass er ihn weggemacht hat, ey. Ne, ich mein doch gar nichts. Ich beschwere dich nicht. Ich wollte eigentlich einen Boost haben, wo er weggecheckt. Der hat sich noch aufgeregt, dass er weg geht. Nein. Oh, bisschen schneller hätte der. Gerade so eine Sekunde. Vor allem der Ball schon im Mittelfeld. Ja, bitte. Nein. Echt? Okay. Hab ihr, was seid bei mir nicht Zeit versetzt? Ah ja, klar. Ah ja. Boah. Wow, super safe. Sonst wärst du es ja auch nicht. Bam. Ah, schade. Aber ich hör das, wie du bei Jan Philipp Zeit versetzt bist, Christian. Hä? Das ist voll... Ey, wie willst du das hören? Hör doch auf den Kopfhörer auf. Ja, aber ich hör es bei ihm. Oh, sorry. Hä? Okay. Dann hab ich mal eine Kopfhörer extrem laut. Ja, ich hör bei ihm den kompletten Spiel Sound eigentlich. Hä? Das, was ich sage, das... Nein. Hä? Ey, du hörst alles, oder was? Ich hör gar nichts. Ich hör gar nichts. Das kann nicht sein. Ich hör mich doppelt. Aber ich hör mich doppelt. Hä? Ich hör gar nichts. Also außer mich. Das geht nicht. Kann nicht sein. Das liegt an TeamSpeak und das Spiel Sound ist bei dir, Annika. Ich hör kein Spiel. Hörst du echt alles doppelt? Hörst du echt alles doppelt? Ohhhh. Jetzt hat es vielfach gehört. Nein! Alala. Guck, genau das. Ich hab... Du hast geschrien und dann hab ich wieder nochmal den Schrei gehört hinten dran. Echt jetzt? Echt jetzt? Ja. Achso, achso. Ich verwirr grad voll die Zuschauer. Mein YouTube ist kaputt. Oh shit, falsch darstellend. Ich grad auch. Heu, heu, heu. Heu, heu. Heu, heu, heu. Heu, heu. Heu, heu. Heu. Alter, Annika, den hätt Christian locker gehabt. Oh shit, nein! Oh shit, nein! Heu, heu, heu. Ja. Ich wollt ihn klären. Ich hab's auf Band, Chris. Wollte, wollte, wollte. Heu, heu. Heu, heu. Oh die Scheiße. Und dann, yeah, John. Macht nichts. Es sei dir verziehen. Es sei dir verziehen. Annika ist dir verziehen. Ist okay. Es ist in Ordnung. Nein, doch die Gosch. Oh, einfach die Gosch. Gosch ist auch Dialekt. Ja. Immer diese, über diese, die Dialekt reden nachher. Heißt ja eigentlich Goschen. Okay. Hehehe. Hehehe. Delia. Sehr schön. Sehr gut, Chris. Super Vorlage. Hast du die Vorlage gesehen? Aber du würdest aber jetzt erschweren. Sehr gut. Auf, wir gewinnen noch. Nice. Natürlich, wenn man noch genug Zeit. Ja, absolut. Sehr gut. Oh Gott. Oh Gott. Hehehe. Da 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 da. Ich. Komm gleich GEMA. Dieses Video wurde leider von der GEMA gesperrt. Hehehe. Beziehungsweise einzig wird es ja nicht von der GEMA gesperrt. Sondern eigentlich von YouTube. Echt? Oder mal in Klugscheißermodus. Ja, aber das wusste ich nicht. Ja, aber das wusste ich nicht. Oder waren wir nicht so... Verklagen. Ach so? Echt? Okay, krass. Hmm. Hier gibt es ja nicht noch so Millionen und Milliarden Streit. Doch! Ich kann den nicht gehabt. Streit. Bezüglich mit YouTube und GEMA. Ja. Tja, alle. Ähm. Ich war ja im Ausland. Kann man ruhig mal so sagen. Ja. Und da war es so geil. Ach Scheiiiiss. Und dann kommen wir nach Deutschland. Das Video ist gesperrt. Video ist gesperrt. Video ist gesperrt. So nervig ey. Ach. Annika. Ach. Ich ringe schon nach Worten. Annika kurft unter den Bällen. Der war gut. Ey. Ich hab den Ball geroffen. Alter. Da kommt immer noch von denen her dazwischen. Okay. Alter. Was mach ich denn? Keine Ahnung. Auf geht's schießen Tor. Oh. Von denen schön. Ah. Der Ball schon liegt schon bei uns. Auf geht's schießen Tor. Gell. Ja ne. Das war... Das habe ich gesagt. Obwohl ich auch... Nein. Der wäre rein wenn der nicht da gewesen wäre. Hat gepasst. Vielleicht. Vielleicht. Darauf liegt die Betonung. Oh. Dann kommt der doch noch dazwischen. Anika sag was. Christian. Mach dir FV1. Ja hallo. 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 Sag was. Ja wir waren etwas unaufmerksam am Anfang. Hup. Uh. Wup. 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 Holy Shit. Hehehe. Tata. Hehehe. Ã. Oh. Oh tschu. Chysiaaan. Es geht gar nix. Aber jetzt. Lass mich Oh, der kommt doch noch Ich sollte keinen Sprudel trinken Vor der Aufnahme Ist mir auszusehen einer rausgerutscht Oh mein Gott So Damit danke fürs Zuschauen Und bis zum nächsten Mal Bis wieder heißt Rocket League Tschüss Tschüss